Moin Leute, mein Name ist Klaas und in diesem kurzen Review geht es um die offizielle iPhone 11 Pro Lederhülle. Ich habe mir die Hülle zusammen mit dem iPhone 11 Pro vor ca. 7 Monaten gekauft. Dieses Review ist auch stellvertretend für alle anderen Lederhüllen von Apple, da lediglich die Aussparung für die Kamera anders geformt ist. Apple lässt sich für das Case gut bezahlen. Es kostet aktuell im Online-Store 55 Euro. Ob die Lederhülle ihren Preis wert ist und was ich für schlechte Erfahrungen mit minderwertigen Hüllen gesammelt habe, das erfahrt ihr im Video. Viel Spaß beim anschauen. Also ich habe mir die Lederhülle passend zu meinem Nachtgrünen iPhone 11 Pro gekauft. Ich habe sie in Grün bzw. Waldgrün. Es gibt sie aber auch noch in fünf weiteren Farben. In Gelb, Rot, Braun, Schwarz und Blau. Wenn wir jetzt hier mal einen Blick auf die Seite des Smartphones werfen, sieht man, dass der Teil der Hülle, der den Bildschirm umgibt, ein paar Millimeter über das Display hinausragt. Unterhalb liegen die Lautsprecher, das Mikro sowie der Ladeanschluss frei. Obwohl mir das Smartphone schon ein paar Mal heruntergefallen ist, ist das iPhone an diesen empfindlichen Stellen nicht verkratzt. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Da die Hülle von Apple selbst kommt, passt sich das iPhone perfekt an den Look an. Das Grün der Hülle matcht sehr gut mit dem grünen Farben des iPhones. Auf der Rückseite der Hülle befindet sich das Apple Logo, welches sich in einer leichten Vertiefung befindet. Das Ganze gibt der Hülle einen edlen Look. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber durch die Vertiefung kann ich das iPhone mit der Hülle besser in der Hand halten und die Hülle gibt meinen Zeigefinger einen zusätzlichen Halt. Die Knöpfe aus dem Aluminium auf der Seite lassen sich angenehm klicken und bilden einen schönen glänzenden Kontrast zum matten Look des Leders. Die Hülle sitzt perfekt an der Form des iPhones an. Aus diesem Grund ist es auch nicht ganz einfach, sie vom Gerät zu entfernen. Warum es mir so wichtig ist, dass die Hülle so eng an dem Gerät sitzt, verrate ich euch am Ende des Videos. In der Hülle selbst liegt das iPhone auf weichem Innenfutter aus Mikrofasern auf. Sieht nicht nur gut aus, fühlt sich auch schön weich an. Die Hülle ist super dünn und man merkt, dass hier der Schwerpunkt auf dem Design und der hochwertigen Verarbeitung liegt. Sucht man also eine Hülle mit Schwerpunkt auf sehr guten Schutz ist einem mit günstigeren dickeren Cases wahrscheinlich eher geholfen. Jedoch hat das dünne Design auch große Vorteile. Selbst mit Hülle liegt das iPhone immer noch sehr gut in der Hand und man bekommt durch das Leder einen zusätzlichen Grip. Abgesehen davon muss die Hülle für kabelloses Laden nicht abgenommen werden. Ich lade mein iPhone zum Beispiel nur darüber und bin für dieses Feature sehr dankbar. Einer der Gründe für den hohen Preis ist das Leder. Nach sieben Monaten in meiner Hosentasche hat sich eine schöne Patina auf der Hülle gebildet. Ein großer Vorteil an Lederhüllen im Allgemeinen ist, dass sie mit der Zeit immer schöner werden. Ich kann das bei meiner Hülle nur bestätigen. Kratzer auf der Hülle verschwinden zwar nicht, geben dem Case aber ein ganz individuelles Aussehen, an dessen Entstehung man ja dann selber auch irgendwie mitgewirkt hat. Wem die Hülle für 55 Euro zu teuer ist, der kann auch auf Angebote von Drittanbietern warten, wo es die Hülle dann so für 30 Euro zu haben gibt. Warum ich mich für so eine teure Schutzhülle entschieden habe? Früher hatte ich ein iPhone 6s und hatte dafür eine günstige Schutzhülle. Irgendwie ist dann damals ein bisschen Sand in die Hülle gekommen und das hier ist das Resultat. Die Rückseite des Smartphones ist komplett verkratzt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann keine Schutzhüllen mehr genutzt, bis ich mir dieses neue iPhone gekauft habe. Ich habe mir gedacht, dass ich Schutzhüllen nochmal eine Chance gebe, aber dieses Mal eine teurere kaufen werde. Nun, heute kann ich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich bin super zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.